hallo und willkommen zurück zu red dead redemption 2 wir haben zwei missionen die anstehen die kerne sehen gut aus ich will trotzdem noch mal dosenaprikosen verspeisen naja eigentlich worte sich so schön rein dosenaprikosen vielleicht heißt es genau deswegen so ach hab ich das nicht schön gebaut so abigail kann man als mission und dann wollen mama alte hüte alles gut bei uns sehr schön sehr schön so können wir wenigstens wieder liebe machen sehr schön sehr schön ich kenne ich weiß schon dass er liebt aber tell me about you darling no harm to the teeth like that i'm a working woman abigail i'm a bounty hunter bodyguard i protect the gold prospectors up in the hills i'm thinking of starting my own transportation business i was thinking maybe if john wanted to earn some money my husband he ain't looking for that kind of work took on a lot of debt when we bought this place and you're working for her to pay it off hmm yes sometimes i was but i thought we said no more that no you said that what else am i gonna do i'm a god damn man it's legal work abigail and i never got killed it's hunting down fools for the government easy even jack could do it don't you put those stupid ideas in the boys head he's going to do something hey john abigail really i am i just thought if you wanted to earn some money how many times do i gotta bury you john marston ähm einmal you ain't never bury me it's a legal work that i can handle there's a there's something else micah bounty hunting is one thing but god damn micah i heard he was up country or some fellow who sounded just like him killed a family bar a little girl who escaped leave micah alone nein wir töten ihn i came by because i was riding by chasing a fella and i thought john wanted to earn some extra money ja auf jeden fall what is it abigail we need the money some fellow robbed his business you know an accountant or something came down from schon wieder ein accountant diese verdammten buchhalter diese verdammten buchhalter okay dann ich glaube aber Micah ja ja ne gut du bist der boss wir sind ein tolles team und mein pferd köttelt wieder tschüssi natürlich immer schau wieder nach tall trees da wächst ja kaum was hier links ah hier besseres das stimmt darauf bin ich stolz wir haben paar ringe vielleicht passt hier einer ja es war auch nicht ja ja sehr überzeugend ich glaube ich dachte du bist schon wieder married schon lange nein nicht wirklich nicht offiziell ich bin wirklich glücklich mit dir, john ich bin glücklich mich glücklich wir sind hier auf dem auf dem der das stimmt vielleicht findet man ne überraschung ah wieder so kompliziert hier durchzureiten hallo lager gefunden hey Entschuldigung ah ich muss wieder nach hinweisen schauen und rumklauen aus Guama gute Zeit ne birne her damit mag birnen auch wenn ich nicht so aussehe obwohl ich sehe aus wie ne birne schaut euch mal das blut da an ja also das sehe ich auch schaut euch die scheiß blutspur an ach da ist bestimmt nichts passiert das ist nicht natürlich so viel zu bluten kann man die Spuren nicht professionell verfolgen kann man die Spuren nicht professionell verfolgen ja ich bin so gut darin hab auch ein spezielles Auge dafür hab auch ein spezielles Auge dafür einfach dem Blut nach einfach dem Blut nach das sehe ich natürlich an dem abgeknickten Zweig das sieht nicht sehr heimlich aus und da liegt jemand er sieht nicht sehr lebendig aus was oh Gott oh Gott oh Gott da fehlt was das war richtig gorig was für ein Monster aber unter liegt da drin gold noch ein legendärer Bär schießen Wieso nimmt er einen Lauf? Steady, schieß! Ich halte ja an! Oh, er hat mich ganz schön erwischt. Oh, der lebt immer noch! Der hat mir den Bauch aufgeschlitzt. Oh, Scheiße! Oh, er ist nicht abgehauen. Ja, er war! Komm her! Komm her! Oh! Aber ich habe Babyverletzungen davon getragen. Obwohl der Bär auf mir lag. Das ist auf jeden Fall. Noch mehr Rücken? Ja! Ich fühle mich noch ein bisschen angewütert. Ja, aber nur fast. Das ist ein bisschen das Problem. Vielleicht war es nicht richtig, dich auf diese wirklich schweren Dinge zu bringen. Ein Familienmann und allem. Siehst du all das? Ich weiß nicht, ob ich es wieder kann. Ich bin schon klar. Ich werde diese Begriffe machen. Ich brauch das Geld. Du bist dein eigener Mann, ich bin sicher. Aber ich bin meine eigene Frau. Ich bin ein Mann. Und ich werde sagen, wer ich mit bin. Und ich weiß nicht, ob dein Bauch und dein Kind und deine Frau sind Dinge, die ich überraschend bin, wenn ich einen Schuss höre. Die kommen schon klar. Ja, fair genug. Das sind gute neue Kleine, übrigens. Ja. Ich spende mein Geld auf fancy Kleine. Wer ist das hier? Das ist eine gute Frage. Ist das... Are you Sadie Adler, ma'am? The bounty hunter? Get off the road! Look, I got great respect for you professionally. But if that's Marshall Thorwell there, me and my partner would like to split the reward. We're doing what? Get off the road! Leute. Nehmen wir mal hier richtige Waffe. Wo ist meine Vulcanic? Da ist sie. We were thinking, you might need protection. I look like I need protection. Uh, me and my partner, we're dead selling and split that reward. And if not, well we said we're gonna have to take all of it. Was hat die denn für Lachnummern? You and your partner are just children. Und ihr sterben? I told you she wouldn't listen. Get her! Damn! Oh! Right! Ha! There, there. Easy. Nur den Hut getroffen. Can you kick it up, please? Tschuldigung. Okay, come on. That bastard was green. If we didn't get him, someone else would have. Das auf jeden Fall. Äh, wir würden gern die Belohnung teilen. Und das zu einer bewaffneten Frau. Und einem unzurechnungsfähigen Typen. Ja, würde ich auch so sehen. Äh, nur Selbstverteidigung. Die haben zuerst auf uns geschossen. Ich hab nur besser getroffen. You said earlier you knew something about Micah. You gonna tell me what you know? Are you sure you want to hear about it? Ja. Ain't all that back at your ranch enough? Ja. Nicht wenn Micah noch lebt. Your Bounties? Or Transportwork? That's your decision to bring me along or not. But... But Micah? That's something we... Well, I... I gotta do. With or without you, Sadie. You know what I mean? Okay, okay. Okay, okay. I know. Well, I'm hearing things. A lot of things. Still mostly just whispers, but... I think you might be pretty close. Hey, is that Micah, der da angelt? You bring it to me. Okay. I'll bring it to you. But... You think about if this is what you really want. Everything you can get. And everything you could lose. I understand all of that. Of course I do. Okay then. Here we are. Wo Micah? Oh, yeah. Here, put them down. Go on. Get home to your wife. What do you know, if I hear anything about Micah? You gonna hand take them in? Him? No, I'm fine. You sure? Yeah. I'll send your share to the bank when I get paid. Thank you. Where is actually that other Geld? Yay. Kredit zurückgezahlt. Und? Wir haben eine Mission bei... JM. Das bin doch ich. Ich bin John Marston. Wieso muss ich zu mir selber hin reiten? Ach, Jack. Ich habe ja einen Sohn. Den vergesse ich immer. Der bedeutet mir nichts. Ich bin John. So. Dann einmal schnell raus hier. War hier nicht irgendwo richtig viel Geld versteckt von der Gang? Das würde ich gern haben. Dutch würde ich auch gern mal wieder sehen. Diesmal mit paar mehr Waffen auf meiner Seite. Er hat hier uns zurückgelassen zum Sterben. Was für... Was für ein Wiesel. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. So, was will denn mein Sprüchling wieder von mir? Wieder mal Taschengeld. Springpferd! Sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob du das schaffst. Hey, wir haben Kühe auf der Ranch. Ich dachte, John hasst Kühe. Na, da ist er. Hi. Oh, der Hund ist aber cool. Der Hund ist aber cool. Ja. Viel besser als mein John. Ah. Fine, Sir. Was machst du? Ich schreibe und mit dem Hund spielen. Willst du fischen oder was? Nicht besonders. Ich mag wirklich fischen. Warum nicht? Ich mag essen, doch. Weil wir müssen etwas Essen finden. Ja. Können ihr nicht den Hund fischen? Let's head this way to the stream. Okay, Sir. Why you gotta be like that? I'm sorry. Okay. Das ist ne schöne Vater-Sohn-Dynamik. Wie ich? Nein. Aber... Let's keep going. Kann Rufus fischen kommen? Ja. Warum? Aber... Wenn du ihn auch möchtest... Ich glaube. Also... Du weißt nicht, ob wir keinen Fisch fischen? Ja. Ich... Ich bin nicht sehr gut an das. Fischen? Oder walken? Ich spreche mit dir. Das ist mir auch schon aufgefallen. Wir haben nicht die beste Chemie. Natürlich. Unless du nichts möchtest, aber Beans wieder. Nein. Ich will den Fisch. Und... Es wird ziemlich Spaß. Ich versuchte. Okay. Es ist gut, mit dir mit dir zu sein, obwohl ich... ... kann nicht die richtige Sache sagen kann. Und du, Pop? Wir sollten... Wir machen noch mehr davon. Natürlich. Ich meine... Ja. Da bin ich mir nicht so sicher. Und die Skinner. Zum Beispiel deine Mama schon. Oh mein Gott, ist deine Mama schön. Du siehst es besser, wenn du älter bist. Es ist schwer in deinem Alter. Es ist einfach... Land und Licht. Aber für mich... Es ist... Es ist... Es ist Leben. Ich... Ich kann es nicht erklären. Okay. Was werden du, wenn du älter bist? Ich will reisen. Ganz länger. Sehr gut. Ganz nach deinem Papa. Ja. Doch. Das ist für ein dämlicher Berufswunsch. Werd krimineller wie dein Papa. Wir hatten es. Aber wir hatten es. Wir hatten es nicht die meisten davon. Bis jetzt. Okay. Okay. Irgendwann werfe ich alles weg und verlasse euch wieder. Weil ihr mir scheißegal seid. Nicht so wirklich, aber doch schon... Gibt... äh... Gibt andere Prioritäten. Vielleicht... Das ist ein wirklich guter Fischplatz. Ich weiß nicht. Ich war noch nie da. Ich weiß nicht, ich war noch nie da. Ich habe immer gesagt, dass sie nachdem noch nichts haben. Bist du nicht nur die Leadingen auf alles? Na ja, nicht so? Na ja, vielleicht. In diesem Fall ist es so. Ich höre, dass es hier wirklich große Fische gibt. große Stühle. Das sind schwer zu fangen, aber wirklich gut zu essen. Es ist schwer zu fangen. Du hast deine Erklärungen zu früh. Das Hund von dir weiß, dass er von einem Verlust und alles zu wissen ist. Komm schon, Junge. Ich bin sorry. Nein, du bist nicht. Es ist okay. Komm schon, lass uns Fische. Den müssen wir auch noch reinwerfen. Habe ich einen Köder dran? Ist das ein Fluss? Ich glaube, ein Fluss. Uncle Jose... Er war der Fischermann, nicht wahr? Das stimmt. Ich erinnere mich, dass Uncle Arthur mich hat. Ja. Ja. Ich glaube, er hat das. Das ist schön. Komm schon, Beiß. Sehr gut, Junge. Ich habe einen Beiß. 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 Ich habe gesagt, das war eine gute Beiß. Ich habe gesagt, das war ein guter Beiß. Ich habe gesagt, das war ein guter Beiß. Das war ein guter Beiß. Ich habe gesagt, das war ein guter Beiß. Nein, du hast es gemacht. Du hast es gemacht. Hey. Mein Reise mit Arthur. Ich erinnere mich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich will den Fisch holen, dann können wir es rausfinden. Die Leiche ist im Wasser. Ich will ihn finden. Sehr gut. Rufus! Komm schon, Junge! Rufus! Hier, Junge! Hier, Junge! Wieso will der Hund es doch gerade mal zwei Minuten auf sich selbst gestellt? Komm schon. Papa braucht einen großen Schwarzkopfbarsch. Eine Stahlkopfforelle meine ich natürlich. Warte ich mal drauf, dass jemand eine schnellere Angelroute erfindet. Ich glaube, das ist eher so ein 1940er, 1950er Ding. Du bist schon größer, mein Freund. Du bist schon größer und du bist ein Barsch. Der leckt mich am Barsch. Forellenbarsch. Wo ist mein Kind? Kind! Let me come help you look. Louis' Kind. Wir haben den Eimer zurückgelassen. Da ist ein Morgen vorbei. Der kann schlecht reden. Ja, was? Rufus! 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 Well, das ist nicht wie ihm, Pa. Kannst du den anderen Seite des Tracks suchen? Vielleicht. Vielleicht. Rufus! 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 Keine Fährte hinterlassen. Nein! Es ist ein Schnee! Er hat ihn gebeten! Nein! Und Jack? Du schaust ihn auch. Komm her. Was werden wir tun? Was werden wir tun, Pa? So schnell ich kann! Geh es! Dad! Rufus! Nein! Ist es alles raus? Ich bin kein Doktor. Ich bin nur gut im Saugen. Nein, der wird es schaffen. Ich habe schon Männer gerettet mit weniger Saugen. Und mit weniger Dankbarkeit. Was ist passiert? Der Hund wurde von einem Schnee gebeten. Wir schauen nach ihm. Und der Junge. Habe seinen Rücken. Ist er okay? Jack, das Hund wird einfach gut sein. Wir sollten niemals fangen. Manchmal... 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 Manchmal weiß man nicht, wie Dinge aussehen. Aber... Aber der Hund... Der Hund wird gut sein. Verspricht doch nicht sowas, obwohl ihr das nicht wisst. Es ist okay, Son. Wir könnten dem Hund ein bisschen Whisky geben. Dann nicht. Was ist eigentlich Charles hin? Keine Ahnung. Oh, die haben kleine Pferdchen. Selber hallo. Und jetzt müssen wir... Und wie geht's Anke? Hey! Da ist er ja! Du kleines Prachtexemplar an Hund. Willst du Hühner fressen? Willst du Hühner fressen? Ja! Du bist ein schöner Labrador. Du bist ein Rufus. Äh... Kompendium... Gesamtfortschritt 100 untersucht ja. Äh... Labrador Retriever. Stand unten links. Gut. So weit reichen meine Hunde Fertigkeiten. Ich will den streicheln. Ich will den anscheinend nicht streicheln. Na gut. Come on lady. Genau Rachel. Jetzt geht's zu Abigail. Ist schon ein cooles Haus hier. Ich hoffe sie ist drin. Schauen wir mal kurz auf die Map. Oh das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Schatz! Was für ein Ankel denn? I'll tell you what woman. Was a damn sight more peaceful round here before you came back. You're just lucky I'm a soft touch. I should sling you out by your ear. Ah you always was a cold hearted lizard of a woman. And you always was someone willing to live off the efforts of others. Stopp. Mädels. Jungs. I got lumbago. You'll have more than that in a minute. Oh John. Tell her about mine. Do what the lady says. Now I work my fingers to the bone. Build in this place Abigail Robertson. Marston. Abigail Marston. Miss Marston to you. Miss Marston to you. Heiraten wir jetzt. Why did you let him stay? He's actually been pretty useful. He's been a useless sort of way. Who's that? No idea. Friend or foe. We'll soon find out. It's the Getty's Boys. From Proghorn Ranch? Yeah. Mr. Milton. Mr. Milton. Duncan. Sir. Ma found some old furniture in the attic. Pa thought maybe you folks wanted as a housewarming present. You know? Dankeschön. How kind they are. Tell your mom, Pa. We're very touched. Where would you like the furniture? Uh. Just over here. Then we can arrange. Am Herzen. Was am Herzen? You saved the ranch. Pa said this is the least he could do. Dankeschön. Habt ihr auch Wertgegenstände? Well. That's about everything. Send your Pa my best regards. Tell him. He's got friends for life and me and my family. Bye. Bye. I can't believe this. It's so kind. Sure. Ja. Weil ich alle übern Haufen geschossen hab. Oh. Kann ich das nicht allein machen. It has. Let's go get the wagon. Na gut. Kommt die olle halt mit. Okay, let's go. Als du mich verlassen hast, weil du mich verlassen hast, ich zumindest, habe ich alles verdient. Tja, steigst du jetzt auf, oder was? Kann ich dir helfen, meine Frau? Das ist ein Job. Ja, ich will dich heiraten. Und? Sagst du ja? Wollen wir noch ein Kind zeugen? Das wird unserer Beziehung helfen. So, falls du reden willst, mach das schnell. Ich fahre nämlich rasant und dann hast du nicht so viel Zeit. Trinken und Rumhuhren. Oh, nicht schon wieder ins Theater. Ja, warum nicht? Achso, ich dachte, er malt. Hey! Goldbahn. Banküberfallen. Das glaube ich, ja. Geh gut. Ich parke mal wieder mitten auf der Straße. Weil ich dich heiraten will. Wenn's echt mal wieder nötig hab. Wieso nicht sofort? Vielleicht sollte ich mal zum Friseur? Ach, damals waren wir noch so jung. All right. Let's get that picture taken. That means that much to you. It does. Today it does. Oder war das Arthur und seine Frau? You're acting kind of funny. Ich bin ja auch lustig. Oh, Enlargements. Da krieg ich auch ab und zu paar vielversprechende Mails. Der ist schon so groß, dass wär... Das ist nicht nötig. Naja. Naja. Schöne Tür. Rein mit uns. Ist zu. Jetzt ist offen. Sehr gut. Wann? Wo? Foto. Ah, nicht so meins. Okay. Schatz, was willst du? So antikes Griechenland muss es von mir auch nicht sein. Ja komm, was ist romantisch. Das sieht doch nicht schlecht aus. Weiß ich doch nicht. Oh. Ne Bar. Sicherlich ist es schon eine Fotografie von dir und eine Bar. Schau. Das war deine Idee, John. Es ist auf dir. Ich nehm... Das schöne Landschaftsding. Ja. Ja. Das war die einzig logische... Die können doch nicht küssen. Und... Ich dachte, du wärst ein Cowboy. Und ein Poser. Oh nein. Ich bin ein Poser. Ich lerne von der Beste. Das ist wahr. Wie ist das? Bravo! Sehr gut. Hab ich redzeitig abgedrückt. Ja. Gib mir einen Moment. Ich werde das für dich entwickeln. Warte hier. Geh deine Zeit. Oder hätte ich das in ein Dead Eye machen sollen. Das ist alles. Tuffer Typ. Gunslinger. Entschuldigung? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur... ...posed. Schau. Du weißt, du bist nicht sehr nett zu mir. Oh, ich bin besser als du es verdienst. Das stimmt. Hier. ...kam aus. ...beautiful. Sure. Yeah. Yeah. Oh, look at that face on you. Den will ich auch sehen. What do I owe you? Five dollars. Fünf Dollar dafür. There you go. Thank you. I'll see you again. I'll see you again. Oh yes, he'll probably come in for a pose. He seemed to enjoy himself. Hmm. Ein bisschen. Bye now. What shall we do now? Nicht ins Theater. Nicht ins Theater. Oh, leck mich. No. Well, come on. Let's go do that. You sure? Of course. It's the Marvel of the age. I love Marvels. Okay, good. Well, let's go. Thank you. It's... It's real fine doing normal things. Ja. Willst du mich heiraten? Okay, überlegst du. Kommst du jetzt rein oder nicht? Come in. Thank you. What's playing? Something called Sketching for Sweetheart, I think. Oh, hello. Something wrong? Nein. You're staring at me. Two tickets, please, to see Sketching for Sweetheart. That'll be 50 cents, please. Okay. What's it about? I have no idea. Sehr gut. Have you überhaupt gezahlt? Have you the tickets? Thank you again. Come on in. A mystery. A mystery awaits. Ein Stummfilm. Tja, das ist tatsächlich jemand, der malt. Wer hätte das gedacht? Ja, so kann ich nicht malen. Ja. Ich versuche, das zu sehen. John Marston. Der nette Witz. Hey. Ja. Mehr davon. Arm um Abigail liegen. Ich sehe mich gern. Was hast du mit diesem Arm? Nur Tasten. Ich dachte, du wärst kalt. John. Tja, das ist für dich. Tja, das ist für dich. Tja, John Marston. Was? Ich gucke. Bitte. Tja, das sieht so real. Es ist nicht. Ich bin aber ein sauer Puss. Bin aber ein sauer Puss. Ha ha. Stop it. Ja, das ist ein Stück Arbeit. wirklich netter film ich hab nix mehr sehr gut das reicht auch ein film tschüss willst du mich heiraten ja jetzt kommt gleich der heiratsantrag ich will dich heiraten habe ich schon zehnmal jetzt gesagt das weiß ich eine bootstour die können uns gegenseitig ersuchen du fängst an das wär auch ein schlechter plan jetzt siehts gut aus hey das ist auch unmöglich ja richtig schön gib mal deinen ringfinger ja ich hoffe dein wurstfinger passt hier rein ich habe diesen ring ich habe ihn seit einem langen Zeit mach es das war Arthur's Ring ja ja vielleicht ja vielleicht wir haben viele Leben gelebt wir haben nur diesen von jetzt auf du und ich Jack eine Familie durch das Recht John ich habe nie ich wusste nicht was dir zu tun es war nicht aber dann ist es was er macht okay Abigail sieht recht verstört aus sorry shut up you silly man kiss me uh mach mal noch ein baby äh ich glaube sieht gut aus an der babyfront und Jack kriegt einen nützlicheren Bruder oder eine nützlichere Tochter äh Schwester sorry ach die schläft so schön ruhig so was macht man nun schleichen uns raus melken eine Kuh ein cooler Sonnenaufgang ich gehe sehr zielstrebig auf die Büsche zu weniger zielstrebig weniger Büsche wir müssen Mauern oder Zäune einreißen die wir errichtet haben ja sieht doch ganz gut aus zeitmäßig würde ich sagen das reicht schon ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal mit denen ja bei den in der 1 die die in 5 mit